Guten Morgen, Leute, Montagmorgen, Zeit für den Rückspiegel. Wie immer wollen wir mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen. Was kam auf den Tisch? Was kam gut an? Was kam nicht so gut an? Was sind News, Fragen, Antworten und Infos der Woche? Und Melli fängt wie immer mit einer News der Woche an. Ja, ich fange jetzt einfach mal mit der zweiten News hier von dem Zettel an. Bei der anderen habe ich nicht so unbedingt Ahnung davon, wobei ich es gesehen habe. Ja, Oliant wird auf jeden Fall eine richtig fette Big Box rausbringen. Das soll wirklich alles mit dabei sein. Tja, wir werden sie uns wahrscheinlich nicht kaufen, weil wir haben jetzt alles zusammen. Wir haben die Fünf-Spieler-Erweiterung, wir haben das Upgrade-Kit, dieses Fan-Made-Upgrade-Kit mit den Holz-Meeplen. Wir haben die Pesterweiterung und, und, und. Das soll alles in einer Box drin sein. Dazu kommen noch Metallmünzen dazu. Man kann es sich überlegen, hat schon einen ordentlichen Preis. Aber wenn man überlegt, die einzelnen Dinge zusammen zu kaufen, ja, wenn man es noch nicht besitzt, warum auch nicht? Was ist der Preis? Äh, ich glaube 150 Euro oder so. Okay. Ja, so wer noch kein Oliant hat, immer noch ein hervorragend großartiges Spiel. Und sogar jede dieser Erweiterungen, die da drin ist, ist super. So, sehr lange Info-News. Ja. Deswegen mache ich es jetzt super kurz, weil ich tatsächlich nicht informiert bin, was da drin ist. Außer, dass es um Star Wars geht. Gestern, ähm, vorgestern war May the 4th with you. Am Sammelstich. Am Sammelstich. Und deswegen gibt es Star Wars Mandalorian Adventures, ist angekündigt worden. Also ein Spiel im Star Wars-Universum mit Mandalorian. Gibt es noch gar nicht so viel davon. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Mandalorian war nach vielen Star Wars-Enttäuschungen für mich wieder eine sehr, sehr starke Serie. Und für alle da draußen, die sagen, äh, da habe ich auch Bock drauf. Seid mal gespannt, was da so kommt. Jawohl. Also weiß ich, was ich dann nochmal mit umziehen darf. Noch ein... Na, so schnell kommt es, glaube ich, nicht raus. Okay. Na denn. Und auch die White Castle ist was Neues angekündigt. Und zwar eine Matcha-Erweiterung. Also White Castle ist ja eine klein, stabile, süße Kiste. Wir nennen es auf Deutsch die Weiße Burg, was bei Cosmos erschienen ist. Genau. Und da gibt es Matcha, also den leckeren, grünen Tee. Hier wird es eine Erweiterung geben. Und es ist wohl auch schon so durchgesickert angekündigt, dass die auch in Deutsch kommen. Ja, ich glaube, ich habe sogar schon das deutsche Cover gesehen. Und da heißt es nicht Matcha, sondern irgendwas ein bisschen anders. Die Teekunst? Ja, irgendwie sowas. Die Teekunst. Sowas würde ich sagen. Weil das passt ganz gut. Irgendwie sowas. Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Es wird nochmal ein bisschen Schwung in die Burg bringen. Sehr gut. So, das waren die drei News für diese Woche. Dann gehen wir mal weiter in die Antwort der Woche. Denn wir wollten das letzte Mal von euch wissen, von welchem Autor wünscht ihr euch mal wieder ein neues Spiel? Und da gab es ganz viele verschiedene Antworten. Unter anderem auch eine meiner Lieblingsautoren, der Michael M. Lang. Wie heißt er das? Unter anderem habt ihr aber auch sehr oft die folgenden Namen geschrieben, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Zum einen... Heißt du nicht Eric M. Lang? Habe ich mal gesagt? Nee, Michael. Michael M. Eric, Mann. Eric, sorry. Nee, Michael M. Lang. Wer ist denn das? Jetzt war ich nämlich hier schon bei Michael Kießling. Michael Kießling, sorry. Ich war jetzt völlig verwirrt. Jetzt habe ich das vorweggenommen. Jetzt habe ich Melli den ersten Autor hier stibitzt. Das ist dann Michael Kießling, habt ihr geschrieben. Ein wirklich großartiger Autor. Und hier habe ich noch einen aufgeschrieben, von dem ich mir wirklich mal wieder was wünschen würde, denn da kam schon länger nichts mehr und er steht wirklich für großartige Spiele. Martin Wallace. Gut. Hat er den schon genannt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Michael hat uns jetzt... Nur Michael M. Lang gesagt. Der Michael hat uns jetzt völlig verwirrt und aus der Bahn geworfen. Nicht aus der Bahn geworfen solltet ihr werden. Wir wollen nämlich von euch wissen, welches Format wollt ihr mal wieder von uns sehen? Habt ihr mal wieder Bock auf einiges liefst? Sagt ihr, nee, die 7 unter 7, die finde ich immer genial. Da habe ich schon richtig nice Spiele entdeckt, was ich wirklich liebe in der Familie oder was auch immer. Oder, keine Ahnung, einfach mal wieder so ein Video. Keine Ahnung. Den Rückspiegel versuchen wir ja jetzt sporadisch, spontan, regelmäßig zu machen. Sagt einfach, auf was hättet ihr mal wieder Bock? Was wollt ihr von uns sehen? So, sehen wollen wir mit euch jetzt, was wir so gespielt haben die letzten Tage. Ich fange mit Dabawala an. Ein Spiel, welches bei Queen Games erschienen ist. Vom Thema sind wir genau das, was der Name sagt. Dabawalas. Für alle, die nicht wissen, was Dabawalas sind. Das sind quasi die Lieferando-Jungs in Indien. Es ist ein Beruf, der nur von Männern ausgeübt wird in Indien. Und glaube ich vorzugsweise nur in Mumbai. Das heißt, da kochen ganz viele Hausfrauen, so habe ich es verstanden, Mahlzeiten. Die Jungs holen das Zeug in so kleinen Blechdosen ab. Da kommt Essen rein, dann fahren sie zum Bahnhof, da kommt es in Züge und dann geht es in die Hauptstadt. Da kriegen das dann die Büroangestellten, Angestellte nennen, was auch immer. Es ist ein Knochenjob, es ist ein harter Job. Es ist ein logistisches Wahnsinnsprojekt, was die da abziehen. Und darum geht es auch hier in Dabawala. Denn hier werden wir auch versuchen, Essen einzusammeln. Wir werden versuchen, das Essen auszuliefern. Das Ganze ist in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase laufen wir mit unseren, ich glaube es sind die Dabawas, an verschiedene Orte und sammeln wie so Puzzleteile ein. Und diese Puzzleteile können wir auf einen Spielplan einpuzzeln. Davon gibt es unterschiedliche Größen, damit es ein bisschen anspruchsvoller werden kann, wenn man das möchte. Dann puzzeln wir das nach und nach ein, nach Farben, nach Größen, so ein bisschen Tetris-Style. Nach den üblichen Puzzleregeln, nicht auf Überlappen, pipapo. Und wenn wir das gemacht haben, nach einer gewissen Anzahl an Runden, dann flippen wir den Spielplan und dann arbeiten wir unsere Essensstapel von oben nach unten ab. Das kann sein, dass ein Spieler vielleicht schon auf Stufe 8 ist. Dann darf der erstmal allein hier für seine Waren Geld bekommen. Oder wir sind dann irgendwann in der gleichen Phase und dann gucken wir einfach, ich habe zum Beispiel, man spielt immer noch eine Karte dazu aus, muss man sagen. Diese Karte sagt dann, dass zum Beispiel die roten Waren und die grünen Waren eins nach oben gehen. Melli sagt vielleicht, na ich möchte das gar nicht, die roten Waren sollen eins nach unten gehen und wir haben hier so einen Preisometer, sag ich mal. Das heißt für grüne Plättchen die Anzahl kriegen wir dann drei Punkte, für die gelben einen Punkt, vielleicht habe ich auch Pech und keiner hat meine Farbe ausgespielt, dann kriege ich für meine Sachen gar nichts. Also ihr müsst dann so im Spiel so ein bisschen schon beim Aufbau drauf achten. Geht vielleicht euer Mitspieler in dieser dritten Phase auf blau, dann zieht ihr da vielleicht mit, weil ihr wisst, der möchte das ja auch haben oder ihr sagt so, ich habe gar keine blaue Karte mehr, ich hoffe mal, dass die anderen Mitspieler da auf blau gehen, um da eben dieses Preisometer nach oben zu treiben und wer dann unten angekommen ist, der hat dann die Gesamtsumme an seinen Punkten bekommen und dafür gibt man dann Punkte. Hört sich für mich vom Thema super cool an, ich fand es aber spielerisch relativ langweilig, weil ihr in der ersten Phase diesen Auswahlmechanismus, wo ihr euch diese Teile holt und auch diese Karten, die ihr nachher ausspielt, die fand ich so ein bisschen zu langweilig, weil ihr könnt da eben laufen, dann nehme ich mir dieses Plättchen, das pussel ich dann ein irgendwann, ich habe dann diese Karte, da müsstet ihr schon so stark darauf achten, dass ihr vielleicht nur Karten nehmt, die ihr nachher mit blauen Teilen habt. Also ich fand es für das, was es in Summe nachher ist, hat es mir nicht so gut gefallen, leider, da fand ich ein paar echt schwache Sachen mit drin, auch diese Auflösung von oben nach unten hat mich nicht umgehauen, bisschen enttäuscht davon, thematisch aber großartig, sowas war noch nicht da. Genau, also ich muss auch sagen, man muss wirklich darauf achten, wenn man diese Puzzleteile einsammelt, ich nehme zum Beispiel viele gelbe Puzzleteile, ja, dann wird aber diese Karte eben auch nicht für gelb irgendwie nachher diesen Preisometer nach oben hauen. Haben wir schon ein Wort erfunden, ja, das Preisometer. Der Preisometer, ja, das heißt, ich muss also auch schauen, wenn ich dann entsprechend diese Teile nehme, dass ich passende Karten dazu nehme oder verlasse ich mich völlig auf meine Mitspiele, aber das kann ja auch vielleicht in die Hose gehen oder einer hat noch so Sonderblättchen, wo er sagt, nö, du hast da so viel Gelb drin, habe ich keinen Bock, mache ich mal billiger. Und ja, also man spielt so sehr vor sich hin, solitär, manchmal guckt man vielleicht mal rüber, aber man kann nicht wirklich was beeinflussen und für mich war es auch leider eine Enttäuschung, wobei es echt schön ist, gerade die Thematik und alles. So, wir gehen jetzt einfach zum nächsten Spiel und da sind wir schon bei einem Format, vielmehr, das wurde mal in einem Format von uns erwähnt und zwar Crypt, das war eine 7 unter 7 und was wollen wir sagen, vorab gegriffen, ja, es ist so. Es ist ein kleines schönes Schächtelchen, da ist nicht wirklich viel drin, denkt man sich, aber es bereitet viel Spielspaß. Wir haben ein paar Karten, jeder hat einen Ritter, glaube ich, also wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, ist der König tot und wir wollen ihn eine schöne Beerdigung bereiten. Glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall sind wir hier Ritter und wir wollen hier entsprechende Beigaben dem Grab zugeben oder klauen wir es. Ich weiß es jetzt nicht, jetzt bin ich verwirrt, ist auch egal. Fast das Gleiche, Leute. Wir werden das Ganze mit Würfeln betreiben und wir werden diese Würfel erstmal nicht würfeln, nein, wir werden die erstmal einsetzen, um uns entsprechend den schönen Klucker zu holen. Wir haben hier je nach Spielanzahl verschieden viele Karten ausliegen, offene und verdeckte und diese Karten kann ich dann auch nochmals zusätzlich einsetzen, um vielleicht einen Würfel nachher zu re-rollen. Ihr sagt jetzt, du hast gerade gesagt, es wird nicht gewürfelt, doch es wird nochmal nachher gewürfelt und so weiter. Da schaue ich dann halt, dass ich die richtig fetten Schätze mir hole. Das mache ich einfach, indem ich diese Würfel auf diese Karten setze. Wenn ich dran bin, dann sage ich, okay, diese Karte ist mir zwei Zweier wert. Wenn jetzt jemand unbedingt diese Karte möchte, muss er schon über die vier gehen, entweder mit einem Würfel oder auch zwei Würfel einsetzen. Warum? Wenn wir dann einmal rum sind, dann werden diese Würfel von den Karten genommen und jetzt muss ich schauen, ob diese Würfel überhaupt überleben. Das heißt, ich muss würfeln, habe ich jetzt hier zwei Zweier eingesetzt, muss ich diese zwei Würfel würfeln und hoffen, dass ich jeweils eine Zwei entsprechend treffe. Wenn nicht, sind diese Würfel nämlich raus und ich habe wenige Würfel und ich habe eben in diesem ganzen Spiel überhaupt nur drei Würfel. Also hier muss ich schauen, wann setze ich welche Würfel wie ein, in welche Augenzahl und da sage ich, ach, da ist gerade nur so ein Kruscht vorhanden, da habe ich gar keinen Bock. Ich hole einfach mal meine Würfelchen zurück. Es ist total easy peasy schnell gespielt und zu Recht eine 7 unter 7 macht wirklich Laune. Vor allem in der Dreier- oder Viererrunde zu zweit fanden wir es ein bisschen mau, da kommt dieses Battle-Gefühl nicht so ganz rüber. Genau, wirklich ein süßes kleines Spiel mit einem lustigen Beat-Mechanismus, hat mir auch sehr gut gefallen, schönes kleines Zwischendrinspiel. Von kleinem Zwischendrinspiel zum großen Männerabendspiel und zwar Heroes 3, Heroes of Might and Magic ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, ist ein PC-Spiel in verschiedenen Ausführungen. Es gab also 1, 2, 3, 4, 5 glaube ich sogar oder vielleicht sogar 6, keine Ahnung. Hier geht es um den dritten Teil, den erfolgreichsten und beliebtesten Teil der Reihe. Jetzt als Brettspiel rausgekommen, wir spielen kompetitiv, man kann es glaube ich auch kooperativ spielen, wir haben es aber gegeneinander gespielt. Verkörpern eine der Heroes of Might and Magic Fraktionen und da werden wir jetzt versuchen, das Beste für uns rauszuholen. Und das Ganze erinnert uns so ein bisschen an Euphia oder vielleicht auch an Mage Knight. Es ist also ein Abenteuerspiel, bei dem wir auch Sachen entdecken werden. Es gibt so ein Szenarioheft, da kann man sich verschiedene Szenarien raussuchen. Wir haben eines der einfachen Einstiegsszenarien gespielt. Da ging es darum, dass wir einfach versuchen, über eine gewisse Anzahl von Runden Minen zu kontrollieren und wer dann die meisten Minen kontrolliert hat, bis zum Ende des Spiels gewinnt oder wer es schafft, 5 Minen unter seiner Kontrolle zu haben und dann noch eine Runde die meisten Minen hat, der gewinnt das Ganze. Ganz typische Aktion, ich habe verschiedene Helden, die kann ich mir dazu kaufen. Ich kann diese Helden upgraden, also meine Einheiten upgraden. Wenn es zum Kampf kommt, ist es so ähnlich wie bei Might and Magic. Wir werden dann auf ein anderes Tableau rübergehen, da legen wir unsere Karten drauf, können sie auch in verschiedene Reihen legen, also Fernkämpfer vielleicht hinten, Nahkämpfer nach vorne. Dann können wir diese Einheiten bewegen, die greifen an. Es gibt Konterangriffe. Also diesen Kampf fand ich gar nicht schlecht, es hat wirklich Spaß gemacht. Der war nur sehr, sehr lange. Das heißt, die Downtime ging dadurch sehr nach unten, oder nach oben besser gesagt. Das heißt, die anderen, die zugucken mussten im Spiel zu dritt, war natürlich so ein bisschen, die battlen sich da jetzt 10 Minuten. Es war aber auch relativ spannend, das Ganze zuzugucken. Man kann auch gegen NPCs kämpfen, man kann gegeneinander kämpfen. Es war alles in allem, haben wir nur die Oberfläche des Ganzen angekratzt. Dieser Kickstarter, der da ankam, der war riesig. Da waren wahnsinnig viele Expansions drin. Denn da gibt es das Szenariobuch, haben wir auch nicht alles gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Mir hat die Runde wirklich Spaß gemacht. Ich hatte den Eindruck, die Spieler leveln sehr schnell. Das heißt, die NPCs, also die KI-gesteuerten, vom Spiel gesteuerten Gegner, waren nur selten eine Herausforderung. Dafür waren aber dann die Kämpfe gegen die Mitspieler doch sehr spannend und sehr taktisch. Man musste schon gucken, was man hier aufgelevelt hat und wie man kämpfen konnte. Es hat auch Spaß gemacht, über die Karte zu laufen, die Sachen einzusammeln, zu schauen, was passiert. Hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Jetzt ist die Frage, man muss gucken, was bringt das Ganze wirklich an Abwechslung mit rein, weil der Preis war natürlich auch extrem hoch beim Kickstarter. Das Ganze kann man noch als Basegame kaufen, wenn man möchte. Mir hat, wie gesagt, der Abend Spaß gemacht. Aber es war nur an der Oberfläche gekratzt. Ich kann da jetzt kein finales Fazit zugeben. Müsste man öfter spielen, aber vielleicht, ehrlich gesagt, skeptisch war. Spielt mal irgendwo Probe, wenn ihr die Möglichkeit habt. Mir hat es gefallen. Gut, ich war nicht dabei. So, aber dabei war ich beim nächsten Spiel. Und zwar gehen wir jetzt weit hoch in die Lüfte. Wir haben eine Party First in Flight gespielt. Ein sehr unbekannter Verlag, muss ich sagen. Aber mich hat das Cover gecatcht und auch irgendwie der Name, das Thema dahinter. Wir möchten nämlich der Erste im Flug sein. Also wir werden hier Flugpioniere sein. Wir treten in die Fußstapfen und wir versuchen immer wieder neue Rekorde aufzustellen. Umso weiter wir kommen, umso besser sind wir. Vielmehr unser Deck eben. Denn wir haben hier ein Deckbuilding mit Push Your Luck gemixt, würde ich mal behaupten. Beste Mechanik. Wirklich ein Spiel, sag ich gleich noch im Fazit. Man spielt entsprechend, man hat hier eine Rundung, sag ich mal. Und da gibt es verschiedene Aktionen, die wir machen können. Wir können uns ein paar Freunde suchen, die bringen uns dann in einer Runde einen gewissen Vorteil. Wir können unser Flugdeck aufrüsten, indem wir uns neue Flugkarten dazu kaufen. Wir können vielleicht auch nachher, wenn wir dann ein bisschen gecrasht haben, Karten ein bisschen reparieren, damit die schlechten Karten etwas besser werden, sozusagen. Wir können auch nur Geld holen. Oder wir gehen fliegen. Und das wollen wir nämlich in diesem Spiel. Wir gehen fliegen und zwar hoch in die Lüfte. Und da machen wir unser Push Your Luck jetzt allen Ehren. Wir haben unser Kartendeck, das mischen wir nochmal und dann geht es los. Wir decken eine Karte nach der anderen auf und hoffen, dass wir nicht crashen. Denn crashen werden wir, wenn wir entsprechende Problematiken bekommen in der Luft. Und das werden wir auf jeden Fall. Denn das Starterdeck hat vier Karten zu Beginn schon drin. Wie viele? Vier. Vier Karten? Leute, wenn ihr zu dritt seid, müsst ihr echt aufpassen. Sagt mal weiter. Vier Karten sind drin. Und da kann es sein... Nicht fünf. Nein, da kann es dann sein, dass es dann heißt, wenn ihr diese Karte als erstes aufdeckt, gibt sie euch gleich mal direkt zwei Schaden. Oder die nächste Einzelkarte ist nicht gültig. Oder eure höchste Extrakarte ist jetzt nur noch zwei wert. Was auch immer. Ihr deckt dann so lange auf, bis ihr sagt, nee, jetzt will ich den Flug beenden. Dann müsst ihr nochmals zwei Karten zusätzlich aufdecken. Wenn ihr crasht, müsst ihr euren Meeple hinlegen. Ihr bekommt dann trotzdem diese Punkte sozusagen gut geschrieben. Als nächstes müsst ihr sozusagen dann auch passen, um euren Meeple wieder aufrichten. Ihr verliert ein bisschen Zeit und könnt gewisse Aktionen nicht mehr machen. Ja, was soll ich sagen? Es war wirklich... Ich habe es gelesen und dachte mir, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Aber das Spiel war richtig cool. Es hat mal frischen Wind reingebracht. Ist mal wirklich was ganz anderes. Du hast diesen Deckbilder, diesen Push-Your-Lack-Mechanismus. Ihr könnt hier noch Mechaniken ausrüsten und, 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 wo euch dann vielleicht unterstützen. Wann setze ich was ein? Es hat wirklich einen ordentlichen Spaß gemacht. Man spielt entweder über vier Runden oder eben bis einer die magische 45 erreicht hat. Und ihr müsst halt jedes Mal weiterfliegen. Das heißt, ihr geht nicht zurück. Ihr versucht immer wieder, euren Rekord aufs Neue zu brechen. Das heißt, ihr habt irgendwann mal mit 9 angefangen. Dann seid ihr bei 17 und bis 45. Und ja, es geht. Ihr werdet da im Spielverlauf echt ordentlich viele Karten aufdecken und immer wieder hoffen, dass ihr in der Luft bleibt. Richtig. Also vom Deckbilder-Mechanismus hat es mir mal echt gut gefallen. Weil ihr kennt das vielleicht aus so Spielen wie Klong oder auch Star Rams, wo ihr euch versucht, so ein Deck aufzubauen. Aber ihr deckt halt in der Regel immer nur fünf Karten auf. Hier habt ihr jetzt echt die Möglichkeit zu sagen, ich kann so lange aufdecken, bis ich eben crashe. Aber ich kann auch so viel Positives in mein Deck mischen, um all diese negativen Sachen wegzukriegen. Das fand ich wirklich cool. Weil man hat es bei Melly gesehen. Die hat ein sehr gutes Deck gehabt. Die hat dann, oh, ich habe jetzt zwei Problematiken aufgedeckt. Oder jetzt eine dritte. Jetzt habe ich aber so eine Upgrade-Karte, die tappe ich jetzt. Jetzt kann ich eine dieser Karten ignorieren. Oder ich darf mir meine Nachziehstapel-Karten angucken. Ich sehe, oh, da kommen jetzt zwei. Ich kann die unten drunter legen. Also ihr konntet das Deck wirklich aktiv stark beeinflussen. Was euch dann wirklich auch dieses Gefühl gegeben hat, immer weiter zu fliegen, diese Rekorde nochmal zu brechen. Und von den anfänglichen vielleicht nur neun, die ihr weit geflogen seid, kommt man am Schluss dann auf 39, 45. Also es war wirklich ein sehr, sehr cooles Spielgefühl. Da kann ich nur hoffen, dass das Ganze auch auf Deutsch kommt. Aber momentan leider nur auf Englisch. Aber echt schon so ein klitzekleines Geheimtipp-Spiel-Highlight. Auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Shifting Seasons haben wir auch gespielt. Das zweite Mal. Ich muss jetzt schon grinsen. Sorry, weil... Ich glaube, da sind wir nicht einer Meinung, was den Spaß des Spiels angeht. In Shifting Seasons, ich würde sagen, es ist ein abstraktes Logik-Puzzle-Spiel. Wir haben einen Spielplan. Da sind Puzzleteile in verschiedenen Farben drin. Die gibt es auch noch in zwei Wertungen. Gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und ich werde mir eins von drei Plättchen, die ausliegen, nehmen und in eine der vier Slots schieben. Also ich schiebe das so rein, hinten kommt einer raus. Wie gesagt, das sind aber nur vier Spalten, die ihr benutzen könnt. Und dann nehme ich dieses Plättchen der Farbe und puzzle es bei mir ein. Es gibt verschiedene Zielplättchen. Ich möchte den ganzen Rand vielleicht vollgepuzzelt haben. Ich möchte Diagonalen bilden. Ich möchte über diese Grenzlinien gehen. Denn das Spielfeld ist in vier Bereiche aufgeteilt. Da gibt es eben verschiedene Wertungen. Die möchte ich versuchen, möglichst gut zu erfüllen, indem ich diese Plättchen rausschiebe und bei mir einpuzzle. Nichts Neues, wie ich finde. Es gibt dann noch an der Entwertung Punkte für eigene Spielerfarben, für Plättchen. Die haben so eine kleine, an der Ecke so einen kleinen Rand. Die sind dann doppelt wert. Das sind, glaube ich, besondere Plättchen. Und ich fand es wirklich relativ uninteressant, das Ganze zu machen. Also vielleicht sind einfach diese Logik-Spiele nicht so ganz meins. Aber Melly nickt schon. Deswegen sage ich auch nur, es sind fünf Kappen dabei. Soviel zur Logik. Entschuldige. Mich hat es wirklich, wir haben es jetzt zweimal gespielt, zweimal gespielt. Mich hat es nicht begeistert, auch beim zweiten Mal nicht. Und wegen mir müsste dieses Spiel auch nicht in der Sammlung bleiben. Da gibt es echt, meiner Meinung nach, einfach besseres. Da spiele ich lieber Asyl. Für mich war es nichts. Wenn ihr sagt, das spricht mich an, guckt es euch mal an. Jetzt kommt Mellys Fazit dazu. Also mir war es zu unspannend. Erste Frage, warum kriegst du einen Männerbereich für deine Männerspiele? So eine fette Höhle, wo du die Sachen unterbringen kannst. Und die Sachen, wo mir gefallen, heißt es immer, ich muss nicht in der Sammlung unbedingt bleiben. Ich kriege aber keinen eigenen Bereich im Haus. Das ist komisch. Ich kriege kein Mädchenzimmer. Es ist nicht so, dass die Frauen... Das muss ich auch nicht sagen. Es ist so, dass ich einen Männerbereich kriege und Melli den Rest vom Haus. Oh, den darf ich dann auch putzen. Ich freue mich. Nein, was will ich sagen zu Shifting Seasons? Ich glaube, Angela hat das Spiel nicht ganz verstanden. Denn man muss wirklich darauf achten, was möchte das Spiel von mir. Jeder hat noch seine eigene Farbe. Da kriege ich nochmal zusätzliche Punkte. Und ich möchte eben eigentlich versuchen, mit jedem Blättchen, das ich lege, all die Aufgaben zu erfüllen. Es sind immer vier verschiedene Aufgaben ausgelegt. Zwei Aufgaben werden immer in Form sein und zwei Aufgaben entsprechend die Farbe beeinflussen. Das heißt, dann möchte ich zum Beispiel vier gleiche Farben in einer Reihe oder Spalte haben, was auch immer. Und da muss man halt von Anfang an richtig Hirnschmalz reinschmeißen, finde ich, weil man möchte jeden Stein passend treffen. Wir haben nämlich 32 freie Blättchen und 24 insgesamt werden wir nur davon füllen. Das heißt, wir haben hier gar nicht so viel Platz für verschwenderische Spielzüge. Nein, ich muss da wirklich schauen, wo lege ich was hin, wie kann ich was wo, warum machen. Und ich muss sagen, mich hat es wirklich gecatcht. Ich sage aber auch gleich mal, in der ersten Runde, das war so ein bisschen wie bei Aqua bei mir. In der ersten Runde dachte ich mir erst noch, was will das Spiel von mir? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Und in der zweiten Runde hatte ich schon mal eher diese klare Sicht drauf. Ah, ich muss nach dem und dem schauen und wenn, dann nehme ich vielleicht noch einen Stein von mir. Da kriege ich dann hauptsächlich auch nochmal zusätzliche Punkte, wenn es dann entsprechend trifft und so weiter und so fort. Und ja, es wird in der Sammlung bleiben. Ich werde es persönlich umziehen, weil ich mag es. Ich werde es halt dann mit den Menschen spielen, die eben solche Spiele gern möchten, spielen möchten, wie zum Beispiel Setup, Asul 4, Shifting Seasons und so weiter. Jawohl. Großartig. Also Shifting Seasons gespalten in der Meinung. Das letzte Spiel, das wir gespielt haben. Ich möchte dann noch dazu sagen, das Spiel ist von einer Autorin, die jetzt erst gestartet hat und zwar mit Luminos und jetzt hat sie direkt Shifting Seasons hinterher geschossen. Beide Spiele mag ich sehr. Ich mag Luminos auch sehr, Shifting Seasons nicht so sehr. Ein Spiel, was wir gerne spielen, ist Mölki. Hatten wir letztes Jahr auf dem Community-Treffen durch den lieben Carsten kennengelernt. Inzwischen haben wir eine eigene Version geschenkt bekommen. Dank dem lieben Osterhasen. Dank dem lieben Osterhasen. Oder der Nachbarin. Oder unserer Nachbarin. Und wir haben es am Samstag nach der Baustelle noch kurz gespielt. Es war schon relativ spät, aber wir dachten, komm, jetzt bauen wir das ganze Ding mal auf. Das Wetter hat gepasst. Haben eine Runde Mölki gespielt. Für alle, die Mölki nicht kennen, das ist ein Outdoor-Spiel. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich spreche gerne nochmal darüber. Wir werden Kegel mit verschiedenen Zahlen aufstellen. Und der Erste, der es schafft, genau 50 Punkte zu kriegen, der gewinnt Mölki. Outdoor-Spiele kann vielleicht jetzt ein Thema sein. Wir haben jetzt wieder gutes Wetter. Wir haben Sommer, kann man mit ins Freibad nehmen. Wenn man dann da Platz auf der Wiese hat, um das Ganze zu werfen. Ihr werft also aus einem gewissen Abstand auf diese Kegel. Wenn ihr schafft, einen Kegel umzuwerfen, also nur einen, dann bekommt ihr die Punkte, die auf diesem Kegel stehen. Da gibt es bis zu 12 Hochpunkte. Wenn ihr aber mehrere Kegel trefft, dann kriegt ihr so viele Punkte, wie ihr Kegel umgeworfen habt. Drei Kegel umgeworfen, drei Punkte. Die zwölf umgeworfen, zwölf Punkte. Das Gemeine ist es, wenn ihr nicht genau wie beim Dart auf 50 Punkte, also auf die genaue Punktzahl kommt, in dem Fall 50, dann rutscht ihr sofort zurück auf 25. Das ist beim Dart natürlich nicht so, aber dann würde der Wurf nichts sehen. Und das ist echt gemein. Und noch gemeiner ist es, wenn ihr dreimal gar nichts trefft, weil ihr versucht, die zwölf Läden zu treffen oder die fünf, um eben dieses Spiel auszumachen, dann seid ihr komplett raus. Player Elimination hier in Mölki sogar. Ein wirklich tolles Outdoor-Spiel, was groß und kleinen Spaß macht. Ein bisschen Geschick natürlich fördert, ein bisschen Glück hat. Wirklich ein lustiges Spiel für alle Outdoor-Fans da draußen. Guckt euch das mal an. Geiles Teil. Ja, ich war in diesem Fall nur Schiedsrichter, Mölki-Aufsteller und den Wurfstab zurückreichen. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Vor allem fand ich es sehr interessant, wenn dann Leute dort vorbeigelaufen sind oder eben auch mit dem Auto. Sie haben alle einen Blick in den Garten geworfen und gedacht, so, was machen die da? Die reißen ein komplettes Haus nieder und jetzt sind sie im Garten und spielen, haben die nichts anderes zu tun. Und wir haben auch ein bisschen die Nachbarschaft bereichert mit dem Gegacker und Gelache. Also wir reißen kein Haus nieder, sonst hätten wir keins mehr, sondern wir renovieren das Ganze. Nicht, dass ihr da denkt, was machen wir hier jetzt. Aber wenn man überlegt, was wir da schon alles rausgetragen haben, denken sich einige, ist da überhaupt noch was drin? Ja. Ja, da kommt mehr Mist raus, als man denkt. So, das war's vom Rückspiegel Montagmorgen. Vielen Dank fürs Reingucken. Wir wünschen euch jetzt einen tollen Start in diesen Montag. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht stressen, bleibt gesund, trinkt ausreichend und schaut mal, dass ihr das Wetter so gut wie möglich genießen könnt. Und holt ihr vielleicht einen Mölki und spielt das Ganze mit eurem Freund und eurer Familie draußen. Vielen Dank. Fragen der Woche nicht vergessen. Wir sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.